Also dieses Internet, ich glaube, das setzt sich nicht durch. Das ist nur so eine Flause, die ist morgen schon wieder... Das machen die jungen Leute. Hallo liebe Außenwelt, ich grüße euch von der Insel. Wir sind hier gestrandet im Stück La Rosinda. Ich bin die Fenja, in dem Stück spiele ich die Nerea und wir proben heute den ersten Akt. Die Rosinda, über die das Stück aber eigentlich gar nicht so ganz geht, oder? Also eigentlich müsste das Stück Nerea heißen, das ist die Nerea. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Er ist in sie verliebt, sie ist in ihn verliebt, er verliebt sich natürlich in eine andere. Die offiziellen Paare sind eigentlich Nerea mit ihrem liebsten Clito Fonte, der da am Handy hängt. Und dann sehen wir hier Rosinda mit Tissandro. Und da gibt es durch einen Zauber verursacht Komplikationen. Es spielen Handys mit, wir sind sehr modern. Also die Premiere ist am 16. September in der Black Box. Heute sind wir in der Probenbühne und mal schauen, morgen sind wir vielleicht schon in der Black Box. Heute Abend. Heute Abend. Heute Abend sind wir schon in der Black Box, ja. Hallo. Soll ich irgendwas sagen? Ne. Also hier ist die Bühne. Das war es auch schon. Das ist geklaut von 80 Tagen, vom Musical. So sind wir. Eine bestimmte Sache fehlt, da stehen wir jetzt gerade nicht drinnen. Das ist das Wasser, ja. Wir sehen hier das Bühnenbild von 80 Tagen um die Welt und dort sehen Sie die Reste des Bühnenbilds von Salome. Und heute spielen wir La Rosinda von Francesco Cavalli. Die Reste des Bühnenbilds von Salome, die Reste des Bühnenbilds von Salome, die Reste des Bühnenbilds von Salome. Die Reste des Bühnenbilds von Salome. Die Reste des Bühnenbilds von Salome, die Reste des Bühnenbilds von Salome, die Reste des Bühnenbilds von Salome. Die Reste des Bühnenbilds von Salome, 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 die Reste des Bühnenbilds von Salome. Ja, ganz natürlich. Wir hatten jetzt eine Vormittags- und eine Abendsprobe. Abendsprobe? Ist schon ein bisschen spät, ja? Also heute ist richtig viel weitergegangen. Kommt alle zur Premiere. Alle! Es sind auch so viele Plätze in der Blackbox. Yay! Es sind ungefähr 300 oder so. Aber kommt trotzdem alle. Tschüss! Sag's nochmal, du warst nicht scharf. Was denn? Ich bin nicht scharf? Du warst nicht scharf. Das kann überhaupt nicht sein. Musst du das jetzt nochmal sagen? Ich bin immer scharf. Und jetzt spielen wir... Was hab ich gesagt? Wir spielen heute... Was hab ich gesagt? Ja, was spielen wir denn heute? Wie? Ich verstehe nicht. Ich sage was? Nein. Nein, du tust so und ich sag's. Okay. Und wir sind hier. Aber was willst du denn sagen? Hallo? Oder was? Hallo? Das ist voll albern. So was mach ich nicht. Seit wann ist denn dir was zum Blut? Ich wollte gerade sagen. Ich habe auch meine Grenzen. So weit und nicht weiter. Wir spielen La Rosinda von Francesco Cavalli. Wir spielen mit dem Fuß. Nein, nein, nein. Ich scheiße jetzt auch drauf, oder? Super. Ja. Sehr schön. Geh weg. Ich muss gleich singen. Lass mich. Jetzt fehlt nur mehr der Cocktail. Mit einem Bringer. Mach bitte hier. Was hättest du denn gern? Wurscht. Irgendwas mit Schirmchen. Danke. 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 Vielen Dank.